Hey! Ja, der neue Sonderreport 121 Hacks für das perfekte Elefit Marketing Business ist da. Und du kannst den um hier, klasse, um einen Euro statt um 39,90 Euro werden. Hier unterhalb im Video habe ich dir den Link verpackt, wo du da auf diesen Wembley-Bereich zugreifen kannst. Ja, Elefit Marketing Experte Thorsten Jäger hat das möglich getan, um das zu ermöglichen. Übrigens gibt es eine Menge Bonus und Hacks obendrauf. Erhalte auch eine klare Anleitung, wie du mit deinem Elefit Business starten und gewinnen erzielen kannst. Aber Achtung, es ist nicht allzu lange möglich hier, um diesen Euro zu erhalten. Also fucking lang, hier unterhalb im Video hast du den Button, den Link verlinkt, wo du dann auf diesen Wembley-Bereich von Thorsten Jäger zugreifen kannst. Wenn, wann nicht die jetzt, wann dann? Also hier 121 Hacks ergattern und loslegen. Sollte hier dir das Video gefallen habe, lass mir den Like da oder abonniere ganz einfach meinen YouTube-Kanal. Dann wirst du mit den neuesten Informationen, den neuesten Videos hier genauestens benachrichtigt und informiert. Auch beteiligt diese Glocke. Dann hast du wirklich konsequent die neuesten Nachrichten, die neuesten Videos hier auf deinem Laptop oder deinem Handy von meinem YouTube-Kanal. Oder ganz einfach, komm in meine Facebook-Gruppe auf Facebook. Dort wirst du auch kostenlosen Content dieser Art erhalten. Und auch kannst du geregelt austauschen. Es ist eine große, kleine Gruppe, Feine mit verschiedenen Marketer, wo auch solche Hacks und Tipps kostenlos für dich an den Mann bringen. In dem Fall sehen wir uns im Member-Bereich oder in meiner Facebook-Gruppe oder hier auf dem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Video der N1.